Wir sind in Strehm, die Klimabündnisgemeinde, eine von 20 Kerngemeinden am Kongress bewusst gemeinsam leben in Salzburg, mit den Kindern und den Machern, die seit 10 Jahren gewerkt wird, das Thema Neuwarenergie, Neu Lastenfahrrad, Bürgermeister, 14. September in Salzburg ist dann die große Bühne mit 2500 Menschen. Das war's. Das war's.